Was, wenn IT-Security bzw. ein Mangel an IT-Security Leben kostet, wirklich Menschenleben kostet? Ja, diesem Thema wollen wir uns heute widmen und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Video wollte ich ursprünglich für Sonntag rausbringen und ich habe das eigentlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit geplant. Ich habe das, um genau zu sein, schon seit ich den European Cyber Security Month geplant habe, habe ich dieses Video für Sonntag auf der Liste und habe mich die ganze Zeit gefragt, Mensch, wie bringe ich die Leute dazu, mir zuzuhören? Wie kann ich euch eigentlich davon überzeugen, dass das wirklich ein Problem sein könnte? Und dann ist das passiert. Vor ein paar Tagen wurde die Uniklinik in Düsseldorf gehackt, als hätte ich es quasi bestellt und nein, ich war es natürlich nicht. Das ist absolut furchtbar, was da passiert ist. Und zwar ist dort jemand tatsächlich an den Folgen von fehlender IT-Security gestorben. Und das ist absolut katastrophal, denn ja, wir sehen hier, das wäre natürlich vermeidbar gewesen. Doch was ist passiert? Es wurde jemand operiert und dann gab es einen Hackerangriff und plötzlich war die ganze Technik nicht mehr verfügbar. Einer von sehr, sehr vielen Ransomware-Angriffen. Und das ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das tatsächlich mal vorkommt. Und ja, ich hoffe, dass jetzt tatsächlich alle wachgerüttelt sind, dass Cyber Security auch wirklich so wichtig ist, dass es nicht nur, meine Kreditkartendaten sind ja im Netz, das kann ich ja mal ersetzen lassen, ist jetzt nicht so schlimm, Visa bezahlt das schon. Sondern es geht hier wirklich um Menschenleben. Und das ist nicht das erste Mal, dass es um Menschenleben geht, sondern das erste von vielen Malen, die noch kommen werden, wo wirklich jemand gestorben ist. Aber auch nicht das erste Mal, dass Menschenleben in Gefahr sind, dass Jobs in Gefahr sind, dass ganze Existenzen in Gefahr sind und dass wirklich Menschen lebensbedrohlich verletzt wurden, beziehungsweise sogar daran gestorben sind. 88% aller Ransomware-Angriffe, das heißt von Software, von Malware, von Viren, die einfach nur Daten verschlüsseln, gehen in den Healthcare-Sektor. Das heißt auf Krankenhäuser, auf Ärzte, auf Labore, auf Kliniken, auf Rettungseinsatzkräfte und so weiter und so fort. Und ja, die haben natürlich nicht die Mittel und Maßnahmen, um sich wirklich zu schützen, weil IT-Security, das gebe ich absolut zu, ist nicht billig. Wenn man jemanden engagiert, der sich mit dem Thema auskennt, dann ist das gar nicht mal so billig, weil einfach das Thema sehr, sehr komplex ist und es echt schwer ist. Dazu aber natürlich, wie versprochen, noch ein separates Video, was man in dem Bereich natürlich auch verdient und was die Leute dann noch machen. Aber worauf ich hinaus will, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die, wenn sie mangelnde IT-Security haben, nicht nur irgendwie Daten exposen und eventuell Existenzen geldtechnisch ruinieren, sondern auch wirklich Leben zerstören, wenn dort IT-Security nicht richtig gemacht ist. Und ich habe das schon mal im Livestream erwähnt gehabt. Es gibt sehr, sehr viele gefährliche Sektoren. Wir wollen nur mal ganz kurz auf Healthcare bleiben. Was passiert? 88% Ransomware. Warum das Ganze eigentlich? Naja, die Kliniken sind einfach nicht richtig abgesichert, weil es so teuer ist. Und dann kommt da eine Ransomware, verschlüsselt die ganzen Daten und verlangt quasi Lösegeld für Patientendaten. Und das wird in den meisten Fällen tatsächlich sehr, sehr direkt bezahlt und ist mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden für Hacker, die einfach einfache Eintrittstore finden, weil Kliniken, wie gesagt, nicht gut abgesichert sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Kliniken absolut katastrophal. Die können gerade so ihre Mitarbeiter finanzieren und ja, werden teilweise natürlich noch staatlich unterstützt. Und trotzdem reicht es nicht aus. Also ich meine, wir wissen alle, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Gerade jetzt durch Corona sind natürlich die ganzen Kliniken noch mehr belastet und noch wichtiger, dass die alle funktionieren. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer mehr Leute, die sich, naja, die nichts Besseres vorhaben, die sich dann mal so eine Ransomware aus dem Internet kramen und dann einfach ihre eigene Bitcoin-Adresse da reinklatschen und dann irgendwelche Krankenhäuser erpressen. Und natürlich sind diese Menschen absolute Abschaum, ja. Aber das reicht leider nicht aus. Es wird immer solche Abschaummenschen geben, die solche wichtigen und lebenswichtigen Menschen helfenden Betriebe einfach kaputt machen. Und kaputt machen wollen einfach nur, damit sie selber ein bisschen mehr Geld haben. Und deswegen ist IT-Security so wichtig. Aber es geht nicht nur um Kliniken. Es geht auch um Patientendaten natürlich, die teilweise für immer verloren sind. Und ja, dann kann niemand die Diagnose irgendwie machen. Dadurch haben die Kliniken sehr viel mehr Aufwand. Und wie gesagt, die haben sowieso schon zu wenig Geld. Wenn die das Geld aus der Cybersecurity hätten, also das, was quasi durch diese Hackerangriffe verloren gehen würde, dann hätten die wahrscheinlich genug Geld, um mehr Leute auszubilden, mehr Ärzte einzustellen, mehr Pflegekräfte einzustellen und so weiter und so fort. Auch Labore und Rettungswägen sind nicht ohne. Wenn die gehackt werden, ja, wer kommt dann und rettet euch? Wer macht eure Corona-Tests? Dann haben wir wirklich ein infrastrukturelles Riesenproblem. Und ich habe tatsächlich mit jemandem geredet, der bei einem Rettungsdienst arbeitet. Und die haben dort eigentlich wirklich katastrophale Security. Und das ist einfach ein riesiges Problem, wie wir jetzt auch tatsächlich sehen können. Was tatsächlich hier ungesehen bleibt, sind die Hackerangriffe, die, naja, im Verborgenen bleiben. Für die haben wir keine Statistiken. Das heißt, die wertvollsten Patientendaten im Darknet sind, ähm, die wertvollsten Daten, jetzt habe ich schon gespoilert, sind natürlich Patientendaten im Darknet. Wenn ich einen kompletten Health Record habe von einer Person, dann kann ich damit alles Mögliche machen. Ich kann die Person natürlich erpressen, aber ich kann ihr natürlich auch perfekt zugeschnittene Phishing-Mail schreiben. Und ja, dann sie vielleicht dazu zu bringen, sich bei Diensten zu registrieren, die sie eigentlich gar nicht möchte, beziehungsweise die einfach fake sind. Sowas wie, hey, registrier dich hier oder erfahr hier, was du tun kannst, um deinen fortschreitenden Gräbs zu stoppen. Und dann investieren die da mehrere tausend Euro und merken am Ende, ja, gut, es ist eigentlich gar nichts. So, solche Angriffe bleiben komplett ungesehen, weil die greifen natürlich nur die ganzen Daten ab. Das heißt, höchstwahrscheinlich haben wir noch sehr, sehr viel mehr Probleme im Healthcare-Sektor, was Security angeht. Nicht nur Ransomware, aber natürlich auch Ransomware. So, aber bleiben wir doch mal bei den lebensbedrohlichen Dingen. Wo ist IT-Security noch lebensbedrohlich? Wo könnte man sich noch mehr Motivation herholen? Vielleicht sagt jetzt der ein oder andere Mensch, ich arbeite im Auto-Sektor, da ist es mir völlig egal, was passiert, weil IT-Security passiert hier, da werden höchstens ein paar Patientendaten abgegriffen. Und nein, so ist es nicht. Unsere Autos sind mittlerweile vernetzt, ja. Unsere Autos nutzen Technologie, wie zum Beispiel automatische Bremsassistenten. Überlegt euch mal, wenn dieses ans Internet angebundene Auto, das einen automatischen Bremsassistenten hat, und ja, das haben die meisten Neuwagen mittlerweile, überlegt euch mal, ein Hacker hat da drauf Zugriff. Ein Hacker kann drauf zugreifen, indem er sich einfach mit dem schwachen Bluetooth verbindet und kann dann auf das Auto, auf das Bremsen zugreifen. Das heißt, wenn das Auto irgendwie bei 120 kmh oder 150 auf der Autobahn unterwegs ist, dann lässt er das Auto automatisch eine Vollbremsung machen, weil er simuliert, dass vorne dran ein Wagen fährt. Ja, wenn jetzt hinten dran jemand ist, dann ist derjenige tot, der in diesem Auto drin saß. Höchstwahrscheinlich zumindest. Und das ist ein weiteres Problem, das vielleicht so noch nicht gesehen wird. Und ich warte nur auf den ersten Fall, wo sowas passiert. Und ja, Autohersteller sind normalerweise technisch versierter, die haben natürlich auch meistens eine Security-Abteilung, aber trotzdem kann es sein, dass sowas nicht ausreicht und dass sowas hier Leben kosten kann. Und wie schon angemerkt, es kann natürlich auch sein, dass jemand einfach zu Tode erpresst wird und sich dann das Leben nimmt. Da haben wir natürlich einfach auch die Daten, die dazu führen können, dass derjenige sich selbst das Leben nimmt, weil er damit nicht mehr klarkommt. Aber auch im Wirtschaftsbereich gibt es immer mehr, was da eigentlich so zu Suizid führen kann. Ich meine, jetzt gerade durch Corona sehen wir, was eine kleine Wirtschaftskrise schon auslösen kann. Viele Leute haben sich das Leben genommen, weil sie irgendwie Angst hatten vor einer Weltwirtschaftskrise. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, der DAX wird, oder die Börse wird irgendwann mal Opfer von einem Hackerangriff. Dann gehen die Kurse erstmal nach unten, weil jeder denkt, was zur Hölle ist denn jetzt los? Und alle wollen plötzlich irgendwie verkaufen oder sowas, weil es von mir aus gehackt wird. Ja, und dann haben wir plötzlich eine Wirtschaftskrise, die durch einen Hackangriff ausgelöst wurde. Nur so ein Szenario. Was noch viel wichtiger ist, was ist mit Strom, was ist mit Atomkraftwerken? Ja, jemand konnte, das ist tatsächlich ein Vortrag, den ich am KIT, also an meiner Uni vor einigen Jahren mal gehört habe. Jemand konnte, also die haben einen Pentester organisiert in, ich weiß gar nicht mehr, welches Stromkraftwerk das war. Die haben einen Pentester organisiert und der hatte innerhalb von 48 Stunden kompletten Vollzugriff auf das gesamte Kraftwerk. Überlegt euch mal, das passiert mit Atomkraftwerken. Überlegt euch mal, da werden dann einfach die Kühlstäbe abgeschaltet und plötzlich macht es Bumm. Dann ist nicht nur ein Menschenleben weg, sondern hunderte, tausende Menschen sind dann einfach tot, weil ein Hackerangriff dafür gesorgt hat. Wir befinden uns aktuell in ziemlich gefährlichen Zeiten, wo manche Leute es als Spaß verstehen, dass man Security ausnutzt, um wirklich Schaden anzurichten. Wo manche Leute einfach meinen, sie müssen sowas machen. Aber wo wir auch nicht mehr ganz so weit von gewissen Gefahren einfach sind und ja, sowas ist dann natürlich auch immer im Kopf drin, dass sowas tatsächlich passieren könnte, weil jemand was Böses möchte sozusagen. Was ist mit Militär? Ja, das Militär hat haufenweise gefährliche Dinge sozusagen, irgendwelche Drohnen. Gerade das US-Militär hat automatisierte Drohnen rumfliegen. Was, wenn die gehackt werden? Ja, dann kann es noch viel, viel schlimmer ausgehen. Dazu am nächsten Samstag, also jetzt nicht morgen, sondern morgen in einer Woche, also in acht Tagen, kommt ein Video auf dem Vlog-Kanal raus, wo ich das auch ein bisschen aus Gamer-Perspektive so ein bisschen beleuchten möchte. Und ja, dann natürlich auch weitere Industrie-Sektoren sozusagen, wie zum Beispiel, was ist mit der Agrartechnik? Da wird auch immer mehr optimiert und automatisiert. Was, wenn dort ein Hackangriff quasi mehrere Ernten ausfallen lässt, weil, ja, die automatisierten Roboter einfach alles umgraben? Oder weil in der Fabrik, in der man irgendwas baut, irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Kameras oder sowas, was, wenn dort einfach die Maschinen irgendwie so wild rumdrehen und dabei irgendwelche Menschen verletzen? Oder was ist, wenn irgendwie Trumps Twitter-Konto gehackt wird und jemanden Deepfake hochlädt, wo er Putin den Krieg erklärt? Was sind all diese Szenarien? Sind die wirklich so abstrakt? Kann man die nicht wirklich verstehen? Oder haltet ihr die für einigermaßen realistisch oder vielleicht in der Zukunft realistisch? Sollte man nicht jetzt, wenn wir jetzt gerade schon merken, dass wir es brauchen, sollten wir nicht jetzt in Security investieren? Ja, ähm, schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Jetzt will ich allerdings sagen, was ihr, was du als Zuschauer jetzt machen kannst, damit du dagegen vorgehen kannst. Du kannst dich bilden in Security. Du kannst dich erstmal selbst absichern sozusagen. Ähm, das machen wir natürlich hier auf dem Kanal sehr, sehr lange. Und was auch vor allem eine Möglichkeit ist, fortbilden in IT-Security und vielleicht deinem nächsten Krankenhaus einfach mal deine Dienste von mir aus auch gratis zur Verfügung stellen, wenn sie kein Geld haben. Einfach mal untersuchen, kommst du rein, dann hast du vielleicht ein bisschen Spaß, ein bisschen Übung. Ich meine, du musst ja kein Profi dafür sein. Aber du kannst einfach mal gucken, wie weit kommst du rein? Was passiert, wenn du denen eine E-Mail schickst und natürlich keinen Schaden anrichten bitte und mit dem Krankenhaus natürlich vorher einen Vertrag aufsetzen, damit du quasi wirklich eine schriftliche Bestätigung hast, dass du das darfst und natürlich keinen Schaden anrichten, sondern abgesprochen irgendwie zum Beispiel eine E-Mail hinschicken und dann kommt einfach eine Meldung, hey, du wurdest jetzt gerade gehackt, ich hätte jetzt alles zerstören können. Damit kannst du dem Krankenhaus Feedback geben oder wem auch immer Feedback geben und sagen, also natürlich wie gesagt nur nach Absprache und denen sagen, was eigentlich Sache ist und was sie vielleicht verbessern sollten. Dazu musst natürlich du als Zuschauer auch ein gewisses Grundwissen haben an IT-Security und deswegen möchte ich tatsächlich euch dazu ermutigen, geht wirklich raus und bietet eure Dienste denen an, die sie brauchen. Vielleicht habt ihr jetzt durch Corona gerade nicht so viel von der Arbeit zu tun oder nicht so viel im Studium zu tun oder einfach nur ein bisschen Bock, was Neues zu lernen und wollt euch ein bisschen fortbilden und dann könnt ihr wirklich hergehen und eure Sachen wirklich auch nutzen und den Leuten helfen, die es wirklich am dringendsten aktuell gerade brauchen. Denn wie gesagt, 88% aller Ransomware-Angriffe gehen auf Krankenhäuser und wir sehen, was dabei passieren kann. So, ja, bitte haltet euch aber daran, dass ihr nichts wirklich Schädliches macht, sondern versucht das Ganze einfach nur zu testen und versucht denen dann wirklich Feedback zu geben, was sie verbessern können. Und ja, ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Ich hoffe, ihr sorgt dafür, dass das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen sicherer wird und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.